Ich grüße alle Fans und alle Faninen des Simson GP. Wir sind ja zum ersten Training hier unterwegs mit Tom. Wie oft lagen wir heute schon auf der Schnauze? Naja, zwei Mal. Ich habe extra gesagt, wie aber ich gar nicht. Zum Glück. Mal sehen, vielleicht kommt das noch. Wir probieren gerade mal die neuen Karten aus für die Saison. Einfach mal geil. Es ist schon richtig geiles Wetter. Heute ist Sonntag. Ein Traum. Gestern wusste man nicht, dass wir fahren. Heute hat es mal richtig Spaß gemacht. Und jetzt fahren wir mal noch ein paar Runden und machen euch noch ein paar Bilder davon. Bewegt natürlich. Sportfrei und eine geile Saison 2018. So, jetzt sind wir fertig hier. Und scheiße, jetzt muss ich eigentlich stehen. Ich habe mich auch mal schön auf die Schnauze gepackt. Schön die Strecke vermessen. Aber egal. Und? Geil war es. Ja, war einfach mal ein Hammer. Also wirklich die Strecke war echt schon eine richtige Messe. Die kommen wir noch ganz grün. Die haben letztes Jahr am Herbst die Strecke gekehrt. Eine dreckliche Stelle. Der Rest richtig griffig. Schön mit abknien und auch aufs Maul fliegen. Macht immer noch genauso viel Spaß wie letztes Jahr. Von daher, ich freue mich auf die Saison und let's fuck. Let's fuck? Okay. Okay.